haudi cowboys und willkommen zu die fünf spiele in meiner steam liste die ich nie gespielt habe der erste titel in meiner spiele liste ist bad rats schauen wir mal ich habe diese spiele nie gespielt da steht es bei drei minuten aber das ja da kackt das spiel auch schon ab direkt also jetzt so in game das war bloß testphase die drei minuten also ich weiß nicht was dieses spiel ist was man hier macht ich habe das einfach geschenkt bekommen und schau es mir jetzt mal und drücke einfach mal auf ein neues spiel es ist verdammt laut ja das ist glaube ich normal das ist ein ball dann einfach so weil playing we cannot move the objects in scene so stop the experiment and let's use some objects to help us the objects you have available your inventory is located down the screen okay nach einer kurzen pause wieder da oh was haben wir da eine maus und los w tf was ist das denn okay das spiel erinnert mich ein bisschen crazy machines in brutalem sinne man hat ja die warnung am anfang des spiels gesehen also show the solution plan ja mach doch die musik ist wirklich verdammt laut man sieht schon es gibt auf jeden fall die geilsten auflösungen in diesem spiel so der ball wird von der raupe wahrscheinlich geschoben wie trägen die ich habe keinen blassen schimmer ja ernsthaft ist das euer okay okay diese musik ne wow also ich weiß nicht ob das spiel ernst gemeint ist aber okay das geht nicht so schnell dann machen wir am besten so und den hauen wir ein bisschen höher vielleicht kriegen wir es ja dann gebacken also ich weiß ja nicht aber irgendwie ist das ein ziemlich merkwürdiges spiel welches jetzt nicht gerade leicht ist und sogar die maus fängt an zu bluten nur weil da passiert doch immer was anderes oder was zur hölle okay 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 wir haben noch ein ballon oh lol das geht jetzt viel schneller oder was mal super bestes spiel nein ich will nicht nochmal danke und da sind wir auch schon beim zweiten spiel spiel uriels scheißen aria keine ahnung starten wir einfach das spielen und schaut mal rein okay wow wieder so eine laute scheiße alter okay 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 ja wie lang das ma es The same dream every night. Aha. Okay. I feel the very essence of my dreams. Yeah. Okay. Ja. Nein. Ist okay. Boah, ist das laut, ey. Of my Lord? Mhm. Okay. Nein. Ey, dieses Spiel ist verdammt laut. Könnte das jetzt mal... Hallo? Boah, was ist das denn? Warum habe ich solche Spiele in meiner Steam-Liste? Oha, was habe ich gemacht? Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. You can also find... D for the experiment. Oh, was ist das denn? B, C. B, D, C. B? D? Was ist das denn? Was muss ich da irgendwie zu diesem... Was muss ich denn machen? Habe ich hier irgendein... Au? Hat es gerade Au oder ich... Okay. Ähm. Was passiert hier? Was ist das? Ach, da kann man nicht weiter. Soll man die hier alle... Einfangen? Must be greater than that. Wir können also... Oh Gott. Äh... D for the... Bla, 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 bla. Ich weiß nicht genau... Ups. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie die Scheiße funktionieren soll. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich muss zu D, oder? Ah, D bewegt sich... D ist weg. Oh Gott, was ist... Ey, was ist das, was da sich da so... Und das ist verdammt laut, ey. Ich verstehe kein Wort. Von mir selber, jetzt meine ich. Ich fliege jetzt einfach mal zu D, C. Einziges Problem. Ich kann da nicht hin. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, ne? Was macht man in diesem Spiel? Äh... 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 Was mache ich jetzt? Das so rote Ding ist nicht mehr da, oder? Oh Gott. Wie schießt man denn? Alter, das ist so verdammt laut, ne? Äh... Ich weiß halt nicht, wie man... Ähm... Schießt. Hallo? C... B... D... Nein? Nein? Oh Gott. Ich bin tot. Hä? Was macht man hier? Ich verstehe den Sinn des Spiels nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer und damit habe ich auch keinen Bock mehr auf dieses Dreckspiel. Und da kommen wir auch zu... Wild World's Return to Infinity Space. Infinite Space. Infinite Space. Ich... Steam ist abgestützt, glaube ich. Oh, jetzt... Video-Settings. Boah, das gibt's für meine Auflösung. Äh... Fullscreen. Ne, Windows. Normaler UI. Gut, dann drücken wir mal... Start. Okay. Return to Infinite Space. Äh... Okay, okay, okay. Start. Nebula-Mess. Keine Ahnung. Start. Los. Äh... Äh... Hoffnung? Keine Ahnung. Retire? Nein, ich will... Okay. Do you wish to enter the gate? No! Äh... View. Time passed. 10.000 Days left. Was... Muss ich... In diesen Spielen... Machen? Engage. Okay. Okay. To do all discover items. You have explored the planet and found one or more... Aha. Okay. Okay. Was... Was macht man denn jetzt hier? Ist das dein scheiß Ernst? Verarscht du mich gerade oder... Was ist das denn für ein Spiel? Wir haben was erkundet. Okay. Okay, 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 okay. Was macht man hier? Cap 2? Cap 2 ist nominal and ready to support. You've made it to the... Äh... Ich... Äh... Also, Leute, ich weiß nicht, was man hier macht, äh... Man kann... Ja. Ja. Ne! Und da sind wir auch schon beim vierten Spiel in meiner Liste, und zwar... Racer 8! Ich hab keine Ahnung, was das Spiel ist, ich hab's mir gerade installiert. Und los geht's! Zuletzt gespielt, heute... Es ist... Es... Im Hauptmenü gibt es einfach nur... Was? Ey, das ist schon wieder so ein lautes Spiel. Äh... Continue. Ja. Okay. Okay. Ready. 3, 2, 1... Oh Gott, was ist das denn? Ja, was ist denn jetzt? Nein! Information Warning. Block is about to change. Ich versteh's nicht. Da ist ein Checkpoint, da müssen wir durch. Crash. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Wir haben gerade somit ein... Spiel entdeckt... Welches... Welches... Für mich gerade keinen Sinn ergibt. Was zur Hölle? Was passiert denn hier? Ich weiß, dass wir da hinten durch solche Checkpoints müssen. Da hinten vor allem, weil hier ja auch einer ist oder so, aber... Ich bin gerade sehr konzentriert. Da ist jetzt... Da ist jetzt... Ah, ja, okay. Ja, toll! Ja, ja. Da... Scheiße. Nein! Wo fährt der hin? Ich hab keinen Bock mehr. Nee! Nee, 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 nee! So, was war's noch? Äh... Irgendein Spiel hatte ich doch noch, oder? Und da sind wir auch schon wieder. Beim letzten Spiel meiner Liste. Und zwar... Phoenix Force. Wie gesagt... Äh... Avoca. Ähm... Okay, der nimmt es jetzt anscheinend noch auf. Ja, 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 ja. Okay, ja. So, was... Was haben wir denn hier? Das sieht ja schon mal... Vielverspann... Was ist das denn? Ach so. Okay. Wow. Diese actionreiche Musik... Sie verdammt laut ist. So. Jetzt, ja. Los geht's. Okay, das könnte wirklich Spaß machen, das Spiel. Ähm... Gewonnen. Wow. Diese... Diese Level sind so schwer. Next. Hä, der sieht hier aus wie von Magica irgendwie. Glaub ich. War das Magica? Ich hab keine Ahnung. Bin ich grad gestorben? Oh, ich bin grad gestorben. Wow, wow, wow. Ich darf nicht gegen diese weißen Dinger da kommen. Oh, was, 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 was? Äh... Ich weiß nicht, ob ich den da oben noch treffe, weil ich achte grad nur hier unten, dass mich diese... Nochmal. Äh... Hat der ne... Mann! Hat der ne Lebensanzeige oder so? Ist das rote so ne Lebensanzeige, die sich da nicht bewegt? Ich weiß nicht, was grad passiert, ey. Es ist so laut. Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ah... Nochmal. What the fuck? Nein, 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 nein. Oh, das ist schon... Ich komm grad nicht am dritten Level vorbei, ne? Kein Bock mehr. Nein, nein. Das war's. Letztes Spiel aus des... Nie wieder. Gut, das waren auch sowieso die einzigen Spiele, die ich in meiner Spieleliste hab und dann nie wieder gespielt hab. Ich hab, es hat euch gefallen. Ich hab das Spiel geschlossen. So, jetzt, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hab, ja... War mal ein bisschen was anderes. Die Spiele aus meiner Spieleliste, die ich nie spiele werde. Nie wieder. Außer vielleicht Bad Rats. Das war eigentlich ganz gut. Mein Fazit zu Bad Rats. Man kann's spielen. Fazit zu... Uriel Shazim. Nein. Ach, Spacehack war ja das andere Spiel, ne? Alter, warum war da halt sechs Spiele draus? Ich hab das falsche Spiel nämlich ausgewählt gerade eben. Ich muss... Ich hoffe mal, der nimmt mir jetzt das auf. Ja, sieht gut aus. Gibt's nämlich so ein kleines paar Probleme mit diesem Spiel, wenn wir aufnehmen. Difficult nochmal. Ja, 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 ja. Gut. Neues Spiel. Spielername. Mein Name ist nicht zu lang. Gitti. Okay. Oh, das könnte ja wirklich noch was sein, oder? Sieht auf jeden Fall älter aus. Oha! Grafik-Bugs des Todes. Und Lacks der Hölle. Äh. 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 Ich steuere den grad nicht wirklich, oder? Ach. Oh. Ähm. Sag mal... Ich steuere mal auf Low. Äh. Ich hab grad acht FPS auf Low. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel... Keine Ahnung, ob das was mit dem Aufnehmen zu tun hat. Ich versuch's mal kurz ohne Aufnahme. Nein! Ohne Aufnahme habe ich genauso viele FPS. Ja, also ich krieg sieben FPS hier rein. Ob egal welchen Einstellungen. Im Hauptmenü sind's dann, äh... 30. Oh, da knackst sogar mein Sound. What the fuck? Schauen wir mal in 1000... 1280x720. Mal schauen, wie's dann aussieht. Please wait. Also auch in 1280x720, keine Besserung. Dieses Spiel ist unspielbar. Ja. Gut, ich hoffe euch haben diese... Diese vier... Fünf, sechs... Spiele, die ich euch gerade gezeigt habe, gefallen. Dieses Spiel braucht man gar nicht zeigen, das ist einfach nur so ein Rätselspiel, das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst deine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video von mir. Ciao!